Jo Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Blatter Blood Red Edition. Ich möchte mir ganz gerne die Errungenschaft holen hier mit dem... Ja, lad das nochmal, danke. Maniac Difficulty, also das ganze Spiel auf Schwierigkeitsrat, was auch immer Maniac ist. Ich werde dafür einfach mal die Spielsprache umstellen. Um rauszufinden, was Maniac sein soll. Start Story. Ist der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Okay. Ja. Kann man ja mal machen, ne? Das war ein wenig dann, ne? Ah. Okay. Warum geht jetzt hier richtig krass die Post ab bei dem Spiel wahrscheinlich? Okay. Is this the end? So many things change in the last days. So did I. I found a new home here. A quiet island amidst the sea of madness. But peace of mind is where to come by these days. I thought I found it. Alles begann mit dem schönen Türklänge an diesem verdammten Sonntag. Ich habe hier mein Setup ein bisschen verändert. Das wächst diesem Amiga-Projekt, was ich gerade aufbaue. Dazu mache ich mal ein extra Quassel-Video und passen in die Playlist. Jedenfalls habe ich jetzt mein Lavalier-Mikrofon an meinem zweiten Monitor oben dran hängen. Ich will mir so besser gefallen. Gerade auch so zum Doublen anstatt das Mikro vom Headset. Und ich würde sagen, wir legen hier einfach mal los. Ich bin mal gespannt, wie hart das jetzt werden sollte von Schwierigkeitsgrad her. Oh, shit. Ja, ist ja alles schön und gut. Ich habe keine Wumme. Ich habe keine Wumme. Wir brauchen nicht mehr zu gehen. Los geht's! Okay, wir bleiben hier für den Moment. Spread aus! Und du! Take that weapon there! He ain't gonna need it anymore! Jetzt pass' dich! Get out of there, city! Ich mag's nicht hier, weil ich vorhin nochmal das mal umgucken wollte. Ich kann nicht mehr heilen das und so Irgendwas gibt es hier bestimmt ja noch Vorher noch money um auch die Errungenschaft freizuschalten Die Errungenschaft damit ich alle Waffen aufgerüstet habe und ja Aufgerüstet hat er noch viel Arbeit Ich muss die Haushälterin gewöhnen. Zerstört war ich hier in meiner eigenen Wohnung. Einfach mal so etwas voran hier. Frische Luft in die Hose und so. Hehehe. Jetzt kommen da schon irgendwie als Zombies. Auch nicht. Ja gut, dann muss es ja wahrscheinlich links weiterlaufen. Ne, nicht mal an. Nach oben sollen wir? Ich gucke aber erst mal unten. Hm. Ich gucke mich zu sagen. Ich gucke mich zu sagen. Ein paar schöne Luft in den Meer. Wir nehmen hier alles mit. Was wir irgendwie mitnehmen können. Ja, was ist hier unten jetzt? Habe ich den Laser eventuell bekommen für die Waffe, ja. Ist das richtig? Naja. Den habe ich nicht gesehen. Richtig. Ich gucke mich. Ja. Ich gucke mich. das ergeht das alles noch obwohl das das schwierigste schwierigkeitsgrad ist dass sich alles ganz gut spielen ich bin hier nicht direkt am versagen ja sag das aber wo es Zeug gibt die findet man aber nicht nicht sogar Schüttel. Oh, goh. Derby, der da ist die Hintergrund. Ich bin mit der Schüttel. 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 Das Schießkrabb noch kurz von mir weggelaufen kann mal sein, das sah so aus. Ich bin hier der Mega-Killer. Jetzt sind alle fertig. Ich hab dich aufgeräumt jetzt. Das Spiel bringt mich irgendwie auf die Idee, dass ich als nächstes am Amiga Kanon vor da reinschmeißen kann. Das war cool. Das ist schöne Musik. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, da kommen wir ran hier. Oder auch nicht. Noch nicht. Uaaaaa. Ich komme hier auf einmal da rausgelaufen. Das ist nur das Arme. So, sieht so aus. Jetzt könnt ihr wieder eine Waffe weiter aufrüsten. Dann geht das so da auch schon mal weiter. Damit die Errung schafft. Aber ich kann... Achso, weil ich nur die Knifte habe, kann ich auch nur die aufrüsten. Na gut, dann hebe ich mir die Boneten halt für später auf. Alles cool. Das ist doch kein Problem hier. Ja, wird alles richtig aufgeräumt. Ja, frische Luft an die Uhr. Solange wir endlich Munition haben, wird das alles klar hier. Hallo. Da ist auch nützliches Zeug, aber ich komme da gerade nicht rein, ne? Mal gucken. Das Teil der Story, oder? Ich nehme an, dass das Teil der Story, da komme ich jetzt nicht irgendwie so rein. Boom. That works cool. Schacke. Top Gun, ja. Die habe ich, glaube ich, schon voll aufgerüstet, ne? Nehme ich an. Ja. Okay. Naja. No. Hier geht's. Hier geht's. Oh mein Gott. Kredits Sie grillen sie einfach, einen nach dem anderen, ja? Oh, was ist das? Oh, komm, 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 komm Einfach alles fertig machen hier Das ist gar kein Handy, ja? Das kommt hier gar nicht weg, doch BOOM Ah, so ein Tricksack Wieder aus dem Nichts, wenn man es nicht ahnt, ne? Naja Muss man doch mal weglaufen können hier Jetzt ist man hier gelackt, Meier BOOM Jo Erste Mission quasi abgeschlossen Oh, alle haben genauso viele Punkte wie ich Bis auf die da oben Haben die gecheatet oder wie läuft das? Verstehe ich nicht Verstehe ich nicht Ja, immer Bunten Schaufenster versprochen, der Herr gibt genügend Befriedenheit Der Himmel für das einfache Volk doch jetzt zog der so vertraute Fahr auf mich an Und dann schafft man mich auch Und dann schafft man sich auch Und dann schafft man mich auch Der Herr gewann Das ist auch ein Das ist auch ein Das ist auch ein und dann sage ich, macht's gut oder besser.